Inspektor! Hallo! Hallo! Inspektor! Inspektor! Ich hab einen weiteren Mordfall! Was? Vom Hanna-Mörder! Ich bin nicht schon wieder gehvertraut! Das sieht man! Ich erklärt ihn anhand der Leiche! Man sieht, dass da haben wir gewacht! Denn die Hand steckt im Hintern! Kannst du noch Wasser? Ihr wär' schön süper! Moment mal! Ja! Sehen Sie das an! Hinter dem Kopf ein Loch! Keine Spuren hinterlassen! Oh, wie schlimm! Der Hammermörder! Sicherlich, oder? Ja! Lass uns mal Spuren suchen! Spuren suchen! Ihr schaut hier aus wie im Schweinestall! Das sehe ich genau so! Oh! 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 Eine Spur vom Hammermörder! Sicher? Kennen Sie diesen Fußabdruck? Meiner Mutter! Das ist einfach die Spur von Dave Starsbruder Friedhelm Vorschlaghammer! Boah! Wollen Sie das wissen, Inspektor? Oh! Oder hole Meiner! In der Polizeiaktie ist das eingetragen! Und Sie wissen die Polizeiaktie auswendig! Ja! Diesen Schelfmörder! Friedhelm Vorschlaghammer! Lassen Sie ihn uns aufsuchen! Wo ist er denn? Wo suchen wir den am besten? Hab ich denn hier? Ja! Ja, gut. Lasst uns packen. Wir haben uns verlaufen. Im Osten. Ist ja mal egal. Wir laufen einfach weiter. Rieselm! Herr Vorschlaghammer! Jo. Sind Sie das? Jo. Jumboch. Jo. Ist wie nur ein Mord passiert. Kennen Sie den Kappenmann? Äh, meine Mutter. Sein Bruder. Ihr Vater. Machen für mich nichts vom Affen hier. Oh, mein Nippel. Wie den Hammermörder. Nö. Hammer. Auf Hände sind doch in der Tasche. Sind doch. Als Mann. Jo. Gucken Sie sich mal die Fühlspur an. Sind doch klar ihre. Hände. Mh. Mh. Er trägt keine Schuhe. Kommen Sie mal mit. Jo. Ihr Flecklautschen sind doch genau eingetragen in unsere Aktion. Hey, ich bin, ich bin erst wieder das Kornholstein. Ah, gucken Sie mal. Ah, eben so was. Das kann ich sein. Genau so hässlich wie ein Knessfüster. Halt meine Mutter oder was? Was? Warte. Warte, mach ich. Warte, mach ich. Warte, mach ich. Es wird eh voll schlecht. Lachen. Haben Sie Streit mitm Kappenmann gehaupt? Wusste ich. Sieht denn genau wer das ist? Mh, nö. Ingetrunken. Hallo, Sweden! Jo, komm, Mann! Hallo! Ja! Du gibst ihm eine Puppe! Oh! 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 Oh!